Die Maske wird abgesetzt und die rosa-rote Brille aufgesetzt. Was Menschen vereint, ist der Wahnsinn. Sorgen verfliegen in dem Fahrtwind. Mein Denken wandert zwischen Anarchie und Paradies. Meine schöne dunkle, verdrehte Fantasie. Weil das ein seltsamer Sommer war, verhalte ich mich sonderbar. Blicke zu den Sternen, im Mitternachtsblau, fühlt sich komisch an, wenn ich mir die alten Bilder anschaue. Fühle mich freier, seitdem ich das Handy nicht ständig in der Hand brauche. Wem schenkst du Vertrauen, wenn du es im Internet sichtbar verkaufst? Von vornherein lief ich Menschen hinterher, doch das will ich nicht mehr. Warte nicht mehr auf den Himmel, bis er mir ein Zeichen schickt. Das Leben ist kein rosa-roter Zeichentrick. Kein Märchenfilm, sondern ein Witz, über den keiner scherzen will. Zwischen Schwarz und Weiß entscheide ich mich für Anthrazit. Oft ist das Heilmittel auch das Gift, wie in der Pharmazie. Schöne Menschen sind wie Patronen im Magazin. Kirchenfruchten nicht mehr, ist das Blasphemie? Faszinierend, dass jeder die Welt anders sieht. Was verbirgt sich hinter unseren Augäpfeln? Gedanken, die wir nie aussprechen. Reichtum ist mehr als Chateau zu den Austernschalen. Das Leben mehr als ein Kaufvertrag oder teure Autos fahren. Menschen können Wein trinken, Wasser predigen und urteilen über Cannabis. In der Zwischenzeit schmilzt die Antarktis. Tragisch, mit meinem Dasein verändere ich gar nichts. Früher sah ich mich als Taugenichts und nicht massentauglich. Inzwischen habe ich gelernt, mir bleibt weniger verwehrt, wenn ich mich wehr. Und wenn es schief läuft, dann ist es gerade verkehrt. Als Menschen vereint ist der Wahnsinn. Sorgen verfliegen in dem Fahrtwind. Mein Denken wandert zwischen Anarchie und Paradies. Meine schöne dunkle, verdrehte Fantasie.